Herzlich Willkommen zurück! Ähm, ja. Ich wollte mich erstmal ganz recht herzlich bedanken über eure Kommentare, besonders an Dommel, der immer fleißig kommentiert. Also, Dankeschön. Das hat man ja gesagt, da warten wir noch, weil das ja eine Gruppen Quest ist und wir das Level noch nicht so wirklich haben, dass wir es alleine schaffen. Äh, 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 ich werde gerne noch mal ein Stück zurücklaufen, um einfach noch mal zu gucken, ob wir da nicht doch irgendwie was annehmen können. Laufen wir noch mal ein bisschen? Ach, wir hätten ja auch fliegen können. Äh. Ich mal wieder, ne? Fledermaus am Führer. Dann fliegen wir erstmal da hin. Lässt euch am nächsten Flugpunkt landen. Achso, ich hab jetzt gedacht, wir können jetzt mitten im Flug einfach runterspringen. Tadam. Hab mir jetzt eine neue Senseo-Kaffeemaschine geholt und da ist grad so eine Aktion hier. 100 Kaffeepads kaufen und Geld wieder zu, äh, wiederbekommen. Ich werd erstmal ins Kaufland und hab hier 100 Kaffeepads gekauft. So, hier war nicht wirklich was. Nee, hier war nischt. Ich hab nicht ewig Zeit. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt hab ich schon gedacht, mich hat jemand angegriffen. Ich glaub, das ist jetzt hier, gell? Ja. Oben war man auch noch nicht. Wenn wir uns jetzt aber ein paar Level hocharbeiten, damit wir das hier schaffen, dann haben wir für hier wieder zu wenig. Ist ja auch blöd. Naja. Genau, hier unten. Halt, stopp! Lass mich raus. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Dreh wieder um! Nein! Ich wollte hier unten raus. Och, Mann! Kacke! Och, nö! Jetzt sind wir gleich dort. Da wollte ich gar nicht hin. Och, scheiße! Ich glaub, da müssen wir dann doch wieder eins zurückfliegen, wenn das geht. Wie heißt denn das hier? Südwachtor. Südwachtor, Hügelland. Südwachtor, Hügelland. Äh, ich glaub, da können wir gar nicht hinfliegen. Ich glaub, da können wir gar nicht hinfliegen. Vertraut niemandem. Ich bin ganz ohr. Ach, weil wir den noch nicht zu Fuß entdeckt haben. Ach, das ist doch scheiße. Dann fliegen wir jetzt wieder zurück und laufen dann das Stück. Weil ich glaub, von hier zu laufen, wär's länger als von dort. Aber sind wir da nicht schon vorbeigelaufen? Hm. Komisch. Ach, halt, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Ich wollte hier erstmal nach unseren Berufen gucken. Juwelierskunst. Hm. Ähm, ich hab mir schon überlegt, das vielleicht doch wieder wegzumachen und was anderes. Vielleicht irgendwas mit Zaubertrank oder so. Hier ist nämlich eine Quest. Die nehmen wir dann an. Ich glaub, hier waren wir schon mal. Da haben wir die Quest irgendwie nicht hinbekommen. Ja, jetzt fliegt man, glaub ich, hier hin, genau. Und dann müssen wir dann nur noch hier zurücklaufen. Versteh ich aber nicht, wieso wir da nicht hinfliegen können. Wir waren doch da schon zu Fuß, oder? Oder irre ich mich da? Hm. Ah ja. Alchemie-Lehrer, genau. Und wer seid ihr? So, dann haben wir jetzt Alchemie. Uh. Ich hätte eigentlich den hier oben gerne weg. Ah, nee, halt. Nicht Alchemie. Juwelier. Da kann man nämlich hier schöne Tränke herstellen. Da können wir uns dann vielleicht noch Kräuterkunde dazu machen. Und da können wir nämlich die Kräuter dann suchen. Genau, das wäre eine prima Idee. So, dann steigen wir mal auf unser Gefährt. Hier liegt eine tote Spinne. Ja. Und dann laufen wir jetzt einfach mal den Weg lang. Weil mit den Kräutern können wir ja die Tränke herstellen. Und die Tränke können wir dann auch verkaufen. Da gibt es ein bisschen Geld. Zwar nicht viel. Am Anfang zumindest. Ich hoffe dann, wenn man eine höhere Löffel hat, der Karriere, dass da mehr Geld bringt. Weil wir müssen ja irgendwie mal hier ein bisschen zu Gold kommen. Weil irgendwann können wir uns ja bestimmt neue Reittiere kaufen. Oder vielleicht noch mehr Erbrüstung. Und da brauchen wir ja Gold ohne Ende. Also hier unten haben wir noch eine Quest. Das war hier, wo wir noch warten wollten. Und hier müssen wir uns auch bei der Waldläuferin melden. Okay. Unsere Haustiere müssen wir auch mal ein bisschen hochleveln. Naja, den Hai will ich eigentlich nicht behalten. Den habe ich jetzt erstmal nur so. Ich will mir dann später irgendeinen anderen fangen. Aber die Spinne und den würde ich jetzt gerne so behalten. So. Halt, nee. Hier müssen wir jetzt nicht hin. Ach, dann machen wir gleich mal einen Haustierkampf. Ich sehe mich gerade so eine Spinne. Spinne gegen Spinne. Wieso kann ich nicht wechseln? Mysteriös. Na gut. Auf jeden Fall ist er tot. Ach, da kommt noch so ein Vieh. So, dann wechseln wir aber jetzt. Und zwar nehmen wir den hier. Ah, der kriegt immer ein bisschen Schwierigkeitsbonus. Oh, wir haben Stufe 39 erreicht. Das ist ja prima. Geht's ja stark auf die Hunde dazu. So fast. Oh, heute ist zum Glück nicht ganz so warm draußen. Hätte ich's mal nur nicht gesagt. Jetzt gucke ich gerade raus und auf einmal kommt die Sonne. Hier, genau. Hier ist das der Fledermaus-Dings. Da müssen wir das mal andrücken. Was ist? Fürchtet die Lebende. Also sind wir da wahrscheinlich vorbeigelaufen und haben aber nicht angedrückt. Ich bin von den Verlassenen. Und jetzt. Genau. Das ist mir nämlich letztens schon aufgefallen, dass auf einmal hier so ein Zeichen drüber war. Wir müssen jetzt warten hier. Wir müssen nämlich die Quest. Wir sind jetzt Questgeber sozusagen. Da kommt schon ein. Und ich nehme an, der hier. Oder? Oder der. Der könnte es auch sein. Der rennt auch so rum. Ja, der ist es. Was? Hilfe, Hilfe. Ich kann ja mal in der Zeit rumgucken. Vielleicht man hier Kräuterkunde... Nee, kann man nicht. Ach so, wir müssen mit dem quatschen. Also wenn ihr euch das durchlesen wollt, dann könnt ihr mal kurz Pause. Pause drücken, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, das alles durchzulesen. Ich hoffe, das ist so richtig, was ich hier mache. Ja! Erste Quest aufgegeben. Juhu. Scheint ein bisschen dumm zu sein. Oh, was ist denn das? Ich kenne diesen Ork. Er hat hier nichts zu suchen. Was braucht ihr? Für die Horde. Ja, für die Horde. Gut, dann haben wir die zweite Quest jemandem gegeben. Jetzt müssen wir nur noch einen. Was geben. Da ist der Nächste. Er nimmt das oder gar nichts. So, das müsste dann jetzt der letzte gewesen sein, oder? Oder ging der nicht? Doch, er ging. Dann können wir das gleich abgeben. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt anzunehmen, weil wir kriegen nur 108. Das ist ja eigentlich nix. Das ist ja eigentlich nix, nix. Wir können es ja trotzdem mal machen. Falls ihr Interesse habt, das zu sehen. So. Weil manchmal sind das ja so ganze Questreihen, wenn wir dann vielleicht hier irgendwas erfüllen müssen. Und vielleicht kommen wir ja dann hier auch hin da oder so. Was weiß ich. Die ziehen sich ja manchmal übelst die ganze Quest rein. Und manchmal braucht man ja, um voranzukommen. Oh, ich glaube wir sind vorbei. Hier lang. Oh, hier ist alles voll mit Spinnweben. Hier gefällt es mir gar nicht. Au. Wir rennen jetzt mal schnell vorbei hier. Hä? Wo sollen wir uns denn hier melden? Ach, da. Da, da, da. Seid auf der Hut. Lebt wohl. Sieg für Sylvanas. So. Vertraut niemandem. Menschen im Hügelland gefangen genommen. Äh, ja. Ach, ich glaube das war hier mit den, genau. Das. Uh. Wir müssen den irgendwie anklicken. Ähm, ich glaube das war ein bisschen blöd. Oh, das mit Gesundheit. Das müssen wir uns mal. Müssen wir uns mal hier so ein paar Tränke oder so ein Kram mal zusammensammeln. Die Dinger brauchen wir jetzt für unsere Zaubertränke. Die tun wir mal hier hin. So. Ich glaube wir müssen mal unseren auf Passiv kurz, weil Genau. Wir dürfen die nämlich nicht ganz besiegen. Wir dürfen... Nur ein bisschen. Nein. Das ist doch kacke. Ich brauche einen ganz niedrigen. Die Eins. Die Eins war glaube ich niedriger, oder? Ja. Dann nehmen wir mal die Eins. Oh, das war natürlich... Jetzt ist er wieder... Oh, das ist so scheiße. Jetzt ist er wieder tot. Das ist blöd. Wir brauchen... Jetzt lassen wir den mal kämpfen. Ah, genau. So können wir es machen. Genau. Perfekt. Äh, die Spinne tut uns nichts. Okay. Dann müssen wir jetzt immer angreifen, drücken. Und aufpassen, dass er den nicht ganz tot macht. Wenn wir angreifen, ist er definitiv fast immer gleich tot. Jetzt haben wir ihn. So, drei Stück haben wir schon. Wie viel brauchen wir? Acht. Na los, geh angreifen. Hallo? Will der nicht, oder was? Jetzt haben wir ihn. So. Da haben wir jetzt vier. Ist das normal, dass er so ewig braucht, um anzugreifen, oder wie? Jetzt. So, hier steht noch einer. Dudududu. Oh, was ist denn hier in der Gilde los? Oh, was ist denn hier in der Gilde los? Jetzt haben wir schon sechs Stück. Oh, Quatsch. Mich dumm zu. Alter, was geht denn hier ab? Dreck Stalker. So, einen brauchen wir noch. Einen einzigen. Hier hinten steht gleich noch einer. Ist dann der letzte. Na. Jetzt. Ich brauche mal etwas zu länger. Jetzt. Da haben wir acht Stück. Dann können wir jetzt hier erstmal wieder rausgehen. Äh, ich glaube, das war der falsche Weg. Alter, hier würde ich nie im Leben lang laufen. Oh Gott, ey. Ekelig. Ach du Scheiße. Los, wir machen es. Wir greifen sie an. Das Stiefel. Naja. Ist leider nicht besser als unsere. Krass, ey. Das war bestimmt die Königin. Oh, ich weiß nicht mehr, wie wir hier rauskommen, ey. Wir gehen doch immer tiefer rein, oder? Habe ich das Gefühl. Oh, ich sehe Licht. Ich glaube, ich sehe Licht. Oder auch doch nicht. Oh, kacke. Ey, wo geht es denn hier raus? Wo geht es raus? Ah, hier geht es raus. Oder? Ja. Perfekt. So, wir geben gleich die Quest ab. Huch, bin ich runtergefahren. Aber wir beenden erstmal hier die Folge. Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss.